moin moin leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal nach dem livestream der heute mittag kam haben wir in dem haben wir hier das gebaut und die holzachterbahn die haben wir gebaut wenn ihr nichts verpassen wollt dann schaut euch den live stream an ihr verlinkt ihn am ende des videos und schaut euch den noch mal an wir wollen jetzt das stück fertig und dann in der nächsten folge oder livestream je nachdem wie ich lust habe machen wir den park auf so also machen wir das im kampagnen modus dann mit dem park hier wir mit soweit fertig gebaut haben aufgebaut haben wir sagen genommen wird genau so wenn jetzt muss aber ganz werden das ist ja das ist ja das ist ja 1 2 3 5 6 7 8 9 9 9 10 10 12 14 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 17 18 18 19 19 21 22 22 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 29 29 29 Da, 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 da. So, dann machen wir Mauerzäune drum. Da, 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 da. 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 Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da Okay. Okay. So. Mülleimer kommen die Standardmäßig, wie überall hin. Ok, hier kann ich keine hinsetzen. Und die Bänke. 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 jetzt nur noch ein klo aussehen würde ich sagen es Die Bank ist jetzt weg, weiß ich, und die Lampe. Die Bank ist jetzt weg, weiß ich, und die Lampe. Das ist jetzt weg, weiß ich, und die Lampe. Das ist jetzt weg, weiß ich, und die Lampe. Ein bisschen abdecken sollte er schon. Oh, wir lassen das drum. Damit sieht es aber so toll. Vielleicht machen wir noch einen drüber. Okay. 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 So, wir haben hier einen Dach drüber. So, Klo versteckt. So, wir müssen dem Park auch noch einen Namen geben, aber ich schreibe gerne in die Kommentare, wie der Park heißen soll. Vielleicht sind wir ganz kreativ, oder halt nicht. Mal gucken. Schreibe auf jeden Fall in die Kommentare, schreibe was wir noch gerne bauen sollen. Wir öffnen auf jeden Fall nächste Folge dem Park, oder nächsten Livestream, wie auch immer, wie ich das schaffe. Schreibe es gerne in die Kommentare und tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibe. 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 Schreibe.